Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Tutorial auf diesem Kanal. Und zwar werden wir uns angucken, wie wir das neue YouTube-Design hier verinnerlichen. Der Desktop, das ist übrigens mein Original-Desktop, mit dem ich arbeite und spiele. Und ja, Verknüpfungen habe ich eigentlich nicht wirklich drauf. Die Sims, ich habe es mal runtergeladen, spielen tue ich es aktuell nicht. Aber das ist auch nebensächlich alles, denn letztendlich zeige ich euch, wie ihr das neue YouTube-Design bekommt. Und wir nehmen in dem Fall den Internet Explorer, den Edge-Browser heißt der, glaube ich. Ich hasse ihn. Ich benutze normalerweise hier diesen Opera-Browser, aber der ist schon eingerichtet. Darum zeige ich euch ganz kurz, wie wir das hier machen. Ihr geht oben auf die Internetseite youtube.com. Dann macht ihr dahinter, falls das nicht sein sollte, ein Slash und schreibt einfach new. Also, neu in Englisch, drückt Enter und das neue YouTube-Design entdecken. Und dann sehen wir schon, ja, das eine oder andere. Es wird ein klareres Design geben an der Seite. Die Logos werden größer werden. Die Thumb-Mails werden größer werden. Die Texte im Verhältnis kleiner. Es wird, den benutze ich im Übrigen sehr gerne, muss ich sagen. Diesen dunklen Modus, den Nachtmodus. Eine sehr coole Sache. Dadurch wird YouTube quasi, die Farben werden umgekehrt. Ja, und könnt euch mal angucken. Hier steht auch ein bisschen was. Und letztendlich braucht ihr nur auf jetzt testen drücken. Und siehe da, er lädt ganz kurz. Und wir haben die neuen, ja, großen Bilder. Wir können hier auch an der Seite hingehen. Oh, jetzt seht ihr, wen ich hier abonniert habe. Oh, ganz böse Werbung. Macht aber überhaupt gar nichts. Und, ja, wir könnten jetzt hier zum Beispiel mal zu Gronkh gehen. Und siehe da, es sieht hier alles anders aus. Es sieht hier schon alles anders aus. Es ist überarbeitet. Es gibt übrigens eine Neuerung, die sehr, sehr cool ist. Die würde ich euch ganz gerne zeigen. Wir gehen hier mal auf Videos. Wer kennt das nicht? Man geht in Videos oder in Playlist rein. Da funktioniert das genauso, wenn man in Listen ist. Man scrollt runter und muss hier unten auf Weiter drücken. Das gibt es nicht mehr. Einfach runterscrollen, kurz warten. Er lädt, runterscrollen, warten. Er lädt, runterscrollen, warten. Er lädt. Also das ist ein riesiger, riesiger Vorteil, finde ich. Eine Verbesserung. Was heißt Vorteil? Ist eine wirklich große Verbesserung? Denn das war schon echt nervig. Immer weitere Videos anzeigen zu klicken müssen. Ja, ansonsten ist alles gleich geblieben. Hier haben wir die Playlist dann von den dementsprechenden Kanälen. In dem Fall halt, wie gesagt, bin ich jetzt gerade bei Gronk drauf. Ja, letztendlich können wir hier auch ganz kurz nochmal auf YouTube raufgehen, auf die Hauptseite. Und ich würde euch ganz gerne mal zeigen, das Nachtdesign. Das finde ich sehr cool. Das finde ich schon sehr cool. Das bekommt ihr, indem ihr hier raufklickt. Dann müssen wir hier, wo ist das? Da ist es, dunkles Design. Da könnt ihr mal draufdrücken. Und siehe einer da. Hier kommt eine kleine Mitteilung. Und, ups, ich habe zweimal geklickt. Entschuldigung. Und schon sieht YouTube so aus. Ich mache das mal groß, dass man es vielleicht besser sieht. Schon sieht YouTube so aus. Ist ja schon wesentlich besser. Und das hier seht es gerne als kostenlose Werbung für die Kanäle. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Wäre mir zu müßig, das jetzt rauszuschneiden. Das könnte man auch rausschneiden. Aber shit happens. Ja, und so sieht das dann letztendlich aus, warum ich hier AfD habe. Ich habe keine Ahnung. Achso, weil ich Terra X. Okay, ich wollte schon sagen, weil mit denen habe ich jetzt nicht so viel an Hut. Gut. Ja, so sieht das dann aus. Und ja, was es sonst noch so zu entdecken gibt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ihr könnt jederzeit übrigens dieses Design auch wieder verlassen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt es überhaupt nicht mehr haben, dann gibt es die Möglichkeit zum klassischen. Also man klickt hier wieder oben auf sein Kanalbild und dann zum klassischen YouTube Design zurück. Und dann kann man hier begründen, warum ich will nicht zurück. Ich finde das ganz gut, muss ich sagen, obwohl ich diesen Browser hier eh nicht benutzen werde. Und sollte in das Dunkle nerven, kann man hier halt wieder hingehen und kann diesen, nein, ich wollte keinen eingeschränkten Modus. Ich wollte ganz gern den dunklen Design-Modus. Kann man das auch wieder rückgängig machen. Wenn man zum Beispiel nur nachts diesen Modus haben will und tagsüber den bevorzugt, dann kann man das machen. Ich persönlich bevorzuge grundsätzlich den. Ich finde das voll cool. Finde ich sehr schön, dass es sowas endlich vernünftig gibt. Und ja, das war es mit dem kleinen Tutorial. Soll es euch gefallen haben, lasst doch mal einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal und empfehlt ihn vielleicht auch weiter, damit dieser Kanal wächst. Ich habe jetzt vor, einmal in der Woche immer sonntags ein Tutorial Sonntag einzuführen. Soll heißen, es gibt mindestens ein Tutorial. Geplant ist halt eins. Vielleicht werden es auch mal zwei mal gucken, je nachdem was anfällt. Solltet ihr Wünsche, Vorstellungen, Anregungen bezüglich neuer Videos haben, so postet das doch unter diesem Video. Gerne bin ich auch bereit, da auf eure Wünsche einzugehen. Gut, mir bleibt nichts weiter zu sagen als danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.